Hallo zusammen, wir suchen aktuell wieder Mitspieler für unser Roleplay-Projekt, die Ellerbach-Stories. Falls ihr Interesse habt, in unserem lustigen, netten Team mitzumachen, dann bewerbt euch einfach. Rollentechnisch ist es euch relativ selbst überlassen, was ihr gerne machen möchtet. Also ihr könnt einen Bauernhof übernehmen, ihr könnt irgendwo mitarbeiten, Händler, Stadtverwaltung oder was auch immer. Also wenn ihr da Ideen habt, teilt uns das gerne mit und dann schauen wir, wie wir die Rolle anlegen können. Wichtig ist vor allem, dass ihr einen relativ guten PC habt, der auch mit einigen Mods zurande kommt. Und was eben auch sehr wichtig ist, ein möglichst gutes Headset, damit man euch auch gut verstehen kann. Dazu müssen wir sagen, wir haben ein, ja, schon relativ umfangreiches Mod-Paket, in dem aber auch Privatmods sind. Das heißt, Mods, die von uns umgebaut worden sind. Und da müssen wir einfach auch darauf achten, dass ein gewisses Vertrauen da ist, dass diese Mods eben nicht weiter verteilt werden. Wir sind ein Team, das im Grunde offen für alle ist. Wir haben aber trotzdem für dieses Projekt das Mindestalter relativ hoch angesetzt, durch 18 Jahre. Aber wenn ihr im Gespräch mit uns beweist, dass ihr eine gewisse geistige Reife habt, können durchaus auch jüngere Leute mit ins Team kommen. Also wie gesagt, da sind wir sehr, sehr offen. Die Aufnahmen für die Elabast-Stories finden immer Sonntagabends ab 17 Uhr auf unserem eigenen LS-Server und unserem TS statt. Wenn ihr also mitmachen wollt, bewerbt euch, kommt auf den Discord-Server, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dann müsst ihr dort die Regeln akzeptieren. Sollte das irgendwie nicht funktionieren, dann schreibt einfach in den Support-Channel, dann wird euch dort geholfen. Dann geht ihr einfach in den Bewerbungs-Channel und dort könnt ihr die dort gestellten Fragen einfach beantworten. Und wenn es alles passt, werdet ihr dann zu einem Gespräch zu uns auf den TS geholt und dort können wir dann alles weitere besprechen. Und wenn alles passt, auch das Menschliche und alle anderen Anforderungen, dann bist du gerne mit dabei.